Paul, nicht nur ein exzellenter Singer-Songwriter ist, sondern auch ein exzellenter Perkussionist, den wir gerade gesehen haben, habe ich gedacht, da nutzen wir diese tolle Gelegenheit doch und spielen ein bisschen traditionelle Musik aus Lateinamerika, einen traditionellen Rhythmus, aber einen Song, den ich selbst geschrieben habe, in diesem Rhythmus. Dieser Rhythmus nennt sich Bayeside. Er kommt aus dem südlichen Bolivien, neuerlichen Argentinien. Das Lied ist ein Tanz, der von zwei, ein Mann oder eine Frau getanzt wird und die mehren sich aneinander an und entfernen sich wieder und kreisen sich, begrüßen sich mit einem Stofftuch und es ist halt so eine Art Flirt im Tanzen, nachdem einer aufeinander zukommt und dann wieder voneinander weggehen. Und das Lied spricht genau das an, wie wir oft glauben, an ein Ziel zu kommen, aber dann wieder zurückgehen an den Ort, wo wir eigentlich herkommen oder wie wir uns an eine andere Person annähern und uns wieder entfernen, wie wir uns manchmal begrüßen, aber dann wieder auseinandergehen. Das Lied ist El Vallecito de la Vida, der Kleintanz des Lebens. Der Text ist angepasst genau an die Choreografie, also genau wie die Leute sich annähern und entfernen. Darüber singt auch das Lied, leider haben wir heute keine Bayesito-Tänzer hier, aber vielleicht schaffe ich es mal ein Video zu machen mit Tänzern, die genau den Text mit taten. Darüber singt auch das Lied. Das Lied ist eines Lied. Es un día es de baile y terminar Lai, 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 nai, lai, nai, lai, 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 lai Solo sabes que algún día es de baile y terminar Dos, do's Uno, dos, dos, dos Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017